Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Wenn ihr euch mein letztes Video angeschaut habt, fragt ihr euch sicherlich, worüber genau ich eigentlich promovieren will. Naja, so genau kann ich euch das im Moment leider noch nicht sagen. Aber damit ihr versteht, wie ich hierher gekommen bin, will ich euch erstmal erzählen, was ich bisher so gemacht habe. Ursprünglich habe ich nämlich Geografie und Germanistik auf Lehramt studiert. Ja, auch das kann man am KIT auf Lehramt studieren. Allerdings bin ich danach, nach dem ersten Staatsexamen, nicht wie die meisten meiner Kommilitonen als Referendar in die Schule gegangen, sondern bin am Zentrum für Milliardes Lernen untergekommen. Das heißt, ich befasse mich seit knapp zwei Jahren am ZML-Tag täglich mit der Erstellung von digitalen Lehr- und Lernangeboten. Und genau darum soll es in meiner Promotion auch gehen, um die Digitalisierung der Hochschullehre. Jetzt ist das aber ein riesiges Themengebiet und ich muss mich noch entscheiden, auf welchen einzelnen Aspekt ich mich da stürze und muss mich da natürlich auch noch einlesen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich euch im Moment noch gar nicht sagen kann, wie das Thema meiner Doktorarbeit eigentlich lauten wird. Vielleicht weiß ich aber bis zum nächsten Video schon viel mehr darüber. Und bis dahin könnt ihr mir ja auf Twitter folgen. Und bis zum nächsten Video schon.